Liebe Gäste, herzlich willkommen zu Rheinstetten TV, dem Online-Programm von uns für uns. Unsere Stadt zeichnet die Gemeinschaft aus, die Gemeinschaft der Vereine, die Geselligkeit, die Zusammenarbeit, unsere Kirchengemeinden, unsere Organisationen. Doch von einem Tag auf den anderen scheint für tausende von Menschen nichts mehr zu sein, wie es war. Aber wie gelingt es uns gemeinsam, nun Gemeinschaft aus der gebotenen Distanz zu erleben? Die Antwort darauf, die finden Sie hier bei Rheinstetten TV. Um viele schöne Momente aus unserem Vereins, Kirchen und Berufsleben in Ihre Wohnzimmer zu bringen, brauchen wir Ihre Hilfe. Senden Sie uns Ihre Beiträge, senden Sie uns Ihre Mitschnitte von Vereinskonzerten, senden Sie uns Ihre Mitschnitte aus Gottesdiensten, schicken Sie uns Bastelanleitungen, schicken Sie uns Videotutorials zu Physikexperimenten, zu Chemieexperimenten und tragen Sie diese mit uns gemeinsam über diese Plattform in die Wohnzimmer unserer Stadt. Vorfreude ist bekanntermaßen die schönste Freude. Nutzen Sie unsere Programmvorschau und lassen Sie sich überraschen, mit welcher Kreativität unsere Bürgerinnen und Bürger Ihnen ein Programm in ihr Wohnzimmer zaubern. Allen Mitwirkenden am Programm sage ich an dieser Stelle schon herzlichen Dank. Ich freue mich auf Ihre Beiträge. Helfen Sie uns, gemeinsam etwas Normalität in unseren Alltag zu bringen. Bleiben Sie gesund! Wollen wir stehen geblieben? Nö, 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 nö.